Hi, schlechte Nachrichten gibt es täglich schon genug. Mit unserem Videoprojekt möchten wir euren Horizont erweitern und euch positive Beispiele für Integration und Toleranz aufzeigen. Willkommen bei Tolerantes Wittenberg. Ich habe das Projekt 2012 gegründet, da ich Jugendlichen die Möglichkeit geben wollte, mehr zum Thema Filme planen, drehen und schneiden zu lernen. Der Austausch mit internationalen Jugendlichen soll sie dabei in ihrer Persönlichkeit stärken. In den letzten Jahren haben wir aufgrund der Erfahrung das Projekt immer weiterentwickelt und so drehen wir jetzt nicht nur mit Jugendlichen Filme, sondern auch über interessante Projekte und Personen. Wir begleiten Aktionen und laden danach den professionell geschnittenen Film auf unseren YouTube-Kanal Tolerantes Wittenberg und dort kann der Film dann jederzeit angeschaut und geteilt werden. Im Projektverlauf selbst arbeite ich eher im Hintergrund, übernehme die Öffentlichkeitsarbeit, kümmere mich um Organisatorisches und suche und pflege Kontakte für das Projekt. Der filmische Teil liegt dann eher bei Olli. Die Ideen für unsere Filme finden wir meistens in unserem privaten oder beruflichen Netzwerk. Es kommt aber auch mal vor, dass wir direkt darauf angesprochen werden, ein Projekt filmisch zu begleiten. Für mich heißt es dann entweder unsere Jugendgruppen anzuleiten und durch den kompletten Dreh zu begleiten oder wir drehen halt selbst, wo ich dann die Kamera und die komplette Nachbearbeitung übernehme. Unsere fertigen Filme sieht man dann auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Facebook-Seite.